Herzlich willkommen zu unserer Vorlesung Regenative Energien. Der Kurs findet über YouTube statt. Sie finden die Links zu den Files auf den Paul und Panda Plattformen. Dort gibt es auch entsprechende PDF-Dateien zu den Vorlesungsunterlagen sowie die Übungen. Die Übungen werden von Herrn Möller veranstaltet. Zudem gibt es eine interaktive Sprechstunde, die über Zoom veranstaltet wird. Den Link finden Sie hier blau unterlegt. Zunächst mal zum Inhalt. Wir wollten zunächst mal historische Betrachtungen machen und eine allgemeine Einleitung. Da geht es generell um die Nutzung regenerativer Energien, die bisherigen Energieträger, den sogenannten Primär- und Endenergiebedarf, die verschiedenen Nutzungssektoren. Dann gehen wir über zum solaren Potenzial und der solaren Einstrahlung. Das schauen wir uns zunächst mal die astronomischen Grundlagen solare Energienutzung an. Dann die Arten der Einstrahlung, die Messung, die Einfallswinkel, die sich dabei ergeben. Dann gehen wir über zur solarthermischen Nutzung. Das sind in der nächsten Vorlesung dann statt. Da sehen wir dann solarthermische Kollektoren und Systeme, konzentrierende Solarthermie sowie solarthermische Systeme auch zur Stromerzeugung. Dann kommen wir zur Königsdisziplin der Direktumwandlung von solare Einstrahlung in elektrische Energie der photovoltaischen Energienutzung. Zunächst eine Einleitung dazu. Dann schauen wir uns den Aufbau und die Funktionsweise einer Solarzelle an, deren Herstellung. Die Herstellung der Solarzelle zunächst und dann des Solarmoduls. Dann die elektrische Beschreibung von Solarzellen, elektrisches Schatzschaltbild dafür. Dafür fangen wir an mit dem Eindiodenmodell und gehen dann über zum Zweidiodenmodell. Dann schauen wir uns weitere elektrische Zellparameter an, deren Temperaturabhängigkeit. Wir schauen auf die Betriebseigenschaften einer Solarzelle und gehen dann über zu den Systemen. Zunächst mal einfach die Reihenschaltung von Solarzellen beziehungsweise die Reihenschaltung von Solarmodulen. Dann die Parallelschaltung von Solarzellen und Solarmodulen. Was ändert sich da elektrisch und von den Betriebseigenschaften? Dann kommen wir zum Solargenerator. Da ist es wichtig, dass man einen sogenannten Maximum-Powerpoint-Tracker hat, MPPT abgekürzt. Das ist im Grunde ein DC-DC-Wandler oder ein Gleichspannungswandler, der den Betrieb des Solargenerators im Punkt maximaler Leistung hält. Dann geht es zum Wechselrichter. Du sagst mal Gleichspannung, aber oftmals will man den Strom in das Netz einspeisen. Dazu ist eine Wechselrichtung notwendig. Schauen wir uns die Netzanspannung direkt an und die verschiedenen Normen, die dafür notwendig sind. Dann kommen wir zur Windenergienutzung. Wir schauen uns die historische Entwicklung der Windenergienutzung an, die Eigenschaften des Windes. Zunächst einige Grundlagen dazu, Entstehung und das Vorkommen. Dann zur Messung der Windgeschwindigkeit und der Windrichtung. Dann die Windgeschwindigkeitsverteilung, also statistische Verteilung der Windgeschwindigkeit. Dann schauen wir uns die Höhenabhängigkeit der Windgeschwindigkeit an, die Höhenabhängigkeit der Luftdichte. Dann schauen wir uns, wie viel Leistung aus einem Windgenerator rauskommt. Also wir machen jetzt die Leistungsberechnung. Wir leiten das zunächst mal her. Da geht es um die maximale Leistungsentnahme des Windes nach Betz. Der hat es 1926 ziemlich ausführlich berechnet. Das vollziehen wir da nochmal nach. Dann gehen wir konkret zu den Windkraftanlagen oder abgekürzt WKA. Zunächst der einfachste Fall, die sogenannten Widerstandsläufer. Dann kommen wir zu den sogenannten Auftriebsläufern. Wir schauen uns Windkraftanlagen mit vertikaler Drehachse an und die hauptsächlich heute gebräuchlichen mit horizontaler Drehachse. Dazu noch etwas Literatur. Wir kommen dann zur Wasserkraft. Auch etwas Einleitung dazu. Das Dargebot der Wasserkraft. Dann die verschiedenen Turbinen für die Wasserkraftwerke. Dann weitere technische Anlagen zur Wasserkraftnutzung. Dann kommen wir zu weiteren Nutzungsmöglichkeiten regenerativer Energien. Zum Beispiel Biomasse. Wir schauen das Vorkommen von der Biomasse an, die verschiedenen Bioenergieträger und die verschiedenen Umwandlungsanlagen. Dann kommen wir zur Geothermie. Wir schauen uns zunächst mal die Vorkommen an und die verschiedenen geothermischen Kraftwerkskonzepte. Dann kommen wir zur Kraft-Wärme-Kopplung mit geothermischen Energiequellen und besprechen noch die Umweltaspekte und Risiken dazu. Dann kommt ein ganz wichtiges Kapitel, die elektrischen Energiespeicher. Wir haben oftmals mit fluktuierenden Energiequellen zu tun haben, wie Wind- und Sonnenenergie. Deshalb spielt die Speicherung eine sehr große Rolle. Zunächst mal schauen wir uns die typischen Speichercharakteristika an, die verschiedenen Speichertechnologien. Zunächst mal die mechanischen Speicher, zum Beispiel Pumpspeicherkraftwerke. Oder aber auch den Druckluftspeicher, der noch nicht so verbreitet ist. Dann gehen wir über zu den chemischen Speichern. Zum Beispiel Wasserstoffspeicher oder was gerade in aller Munde ist, Power-to-Gas. Brennstoffzellen, die Rückverstromung von Wasserstoff und Sauerstoff in elektrischen Strom. Sogenannte Redox-Flow-Akkus. Bleisäure-Akkus, ganz traditionell und etwas moderner die Lithium-Ion-Akkus. Wir schauen dann auf elektrische Speicher. Kondensatoren mit sehr hoher Kapazität, sogenannten Doppelschichtkondensatoren oder auch Super- oder Ultra-Caps genannt. Dann schauen wir generell auf die Leistungs- und Energiespeicher im Energiesystem. Wir schauen uns sechsmal Übersicht der Energiespeicher an und das zukünftige Energiesystem mit dezentralen Energiespeichern. Fangen wir an jetzt mit der Vorlesung. Zunächst mal überlegen wir uns, wieso wir überhaupt erneuerbare Energien nutzen sollen. Was ein sehr großer Vorteil ist, ist die Importunabhängigkeit. Es werden nämlich bis auf die Braunkohle alle anderen konventionellen Energieträger importiert. Auch bei der Kernenergie. 100 Prozent des Urans werden nämlich importiert. Umwelt- und Klimaschutz. Bis auf die Herstellung des Wandlers fallen im Betrieb nämlich keine Emission an. Bis auf Biomasse, aber insgesamt ist die Bilanz da auch null. Kosten durch die Entwicklung der letzten 20 Jahre sind regenerativen Energien von der ehemals teuersten zur billigsten Form der Stromerzeugung geworden. Beispiel Photovoltaik. Als ich damit angefangen hatte, hatte die Kilowattstunde noch um die 2 D-Mark pro Kilowattstunde gekostet. Heute ist man in Portugal beispielsweise bei 1,5 Cent pro Kilowattstunde angeklangt. Schauen wir uns zunächst ein sogenanntes Senki-Diagramm an. So ein Energieflussdiagramm. Wir gehen zunächst mal von der sogenannten Primärenergie aus. Total so genannt, obwohl es natürlich auch nicht die absolute Primärenergie ist. Zum Beispiel Kohle, Öl und Gas. Weil natürlich vor circa 200 Millionen Jahren wurde Kohle, Öl und Gas durch Photosynthese im Grunde erzeugt. Im Grunde ist es gespeicherte Sonnenenergie, die mit einem sehr schlechten Wirkungsgrad umgewandelt wird in unseren bisherigen traditionellen Ressourcen. Gut, aber lassen wir mal so, bezeichnen wir es als Primärenergie. Dann die Umwandlung, die findet recht ineffizient statt, wenn es nur um die Stromumwandlung geht. Normalerweise gehen also 60 bis 70 Prozent verloren, wenn man die Wärme nicht nutzen kann. Kommen wir zu der ganzen Sekundärenergie. Und am Schluss beim Endverbrauch haben wir die Endenergie. Dann gibt es noch Verluste beim Verbraucher. Letztendlich haben wir dann ein kleiner Anteil davon, ist schließlich die Nutzenergie. Kurz zur Übersicht. Die Energieeinheiten wir haben und die Größen dazu. Zunächst mal in der Physik wird das Joule als Einheit verwendet. Joule ist ein Wattsekunde. Also Leistung mal Zeit ist ein Joule oder 1000 Joule, ein Kilojoule sind 1000 Wattsekunden. Früher, wenn man hier auf die zweite Spalte geht, wird das Kalorien noch verwendet. Das ist heute relativ ungebräuchlich, außer können Sie sich wahrscheinlich denken, in der Ernährungslehre verwendet man das noch als Brennwert. Was wir sehr oft verwenden, gerade in der Elektrotechnik, sind die Kilowattstunden. Oftmals, wenn wir eine Spalte weitergehen, wird noch verwendet Steinkohle-Einheiten, eine Tonne Steinkohle. Wie viel Energie wird da freigesetzt. Verschiedene Tabellen, da finden Sie es halt noch drin, deshalb hier vollständigkeitshalber noch der Umrechnungsfaktor. Genauso RÖE, Rohöleinheiten, die sind hier auch noch mit angegeben. Selbst heutzutage, zum Beispiel die ganz bekannten Statistiken der Energiestatistik der Firma BP, werden immer noch in Rohöleinheiten angegeben. Obwohl das natürlich auch kein konstanter Wert ist. Es hängt natürlich davon ab, wo das Rohöl herkommt und davon hängt natürlich auch der Brennwert so weiter ab. Ähnlich bei der Steinkohle ist auch so, wie groß ist der Wassergehalt und der Brennwert schwankt da auch ein bisschen. Ähnlich ist es beim Erdgas bei der letzten Spalte. Und hier findet es halt die Matrix mit den entsprechenden Umrechnungseinheiten. Ganz wichtig auch noch die Vorsätze davon. Kilo ist natürlich klar. Kleines K wird oft in der Prüfung mal falsch geschrieben. Also großes K bedeutet nämlich Kelvin. Kleines K sind 1000, 10 hoch 3. Mega, großes M, 10 hoch 6. Eine Million. Aufpassen, wenn man kleines M verwendet, das heißt nämlich Milli und das heißt 10 hoch minus 3. Das heißt, wir haben einen Faktor 10 hoch 9 dazwischen. Nur durch den Unterschied von großen Kleinschreibungen. Giga, großes G. Kleines G bedeutet natürlich Gramm. Hier 10 hoch 9. Eine Milliarde. Wo wir auch relativ viel mit zu tun haben, wenn wir zum Beispiel den Jahresenergieverbrauch berücksichtigen. In Terrawattstunden haben wir hier 10 hoch 12. Terra mit einem R geschrieben. Nicht Terra mit der Boden. Mit zwei R. Dann kommen wir zur PETA. 10 hoch 15. Großes P. Oder wenn wir den Weltenergieverbrauch betrachten, haben wir Exajoule. Großes E. 10 hoch 18. Oder eine Trillion. Die kleineren Einheiten, Milli, Mikro, haben in Energietechnik relativ wenig mit zu tun. Hier ist das gesamte Energieflussbild der Bundesrepublik Deutschland in 2019. Sieht man also, Großteil der Primärenergieträger hier sind importiert. Sind praktisch hier 13.254 Petajoule. Also 10 hoch 15 Joule oder Wattsekunden. Wir haben auch einen Bestand da. Da wird sehr kleine Anteile auch entnommen. Und wir gewinnen im Inland. Das sind vor allem die regenerative Energien. Da die natürlich viel besser wandelbar sind. Also wenn man jetzt hier Photovoltaik zum Beispiel nimmt oder Windenergie, sind die Wandlungsverluste dabei relativ geringer. Deshalb spielen die eigentlich beim Endenergieverbrauch eine größere Rolle. Das sehen wir aber nachher. Wir haben zunächst mal hier das Energieaufkommen im Innenland. Da wird ein Teil noch gespeichert und gebunkert. Was halt oft relevant ist, ist hier dieser Primärenergieverbrauch von 12.779 Petajoule im Jahr 2019. Dann haben wir hier einen Teil, einen großen Anteil, der gibt es in Umwendungsverluste oder nicht energetischer Verbrauch. Das heißt im Grunde als Rohstoff, zum Beispiel für die Kunststoffherstellung. Und dann haben wir hier den Endenergieverbrauch von 9.056 Petajoule. Und hier sieht man die verschiedenen Verbrauchssektoren, die Industrie, der Verkehr macht auch sehr viel aus und hier die Haushalte und sonstige Gewerbe und Handel und sonstige Dienstleistungen. Die schauen wir uns nachher auch genauer an, insbesondere die Haushalte. Hier noch ein Stück weiter im Detail sieht man also praktisch bei den verschiedenen Endverbräuchen die Aufteilung, in welcher Energieform das verbraucht wird. Wir haben hier, wenn man die linke Spalte sieht, zunächst mal erneuerbare Energien, dann Gase, Mineralöle. Das sieht man zum Beispiel bei dem Kreis rechts unten. Der Verkehr findet doch großteils auf der Straße statt und das Elektroauto ist noch nicht so verbreitet. Deshalb ist hier ab blau, die Mineralöle sind da hier absolut dominant. Elektrisch muss man nicht vergessen, also Verkehr ist nicht nur die klassische Elektromobilität über Autos, sondern natürlich die Bahn ist natürlich auch elektrisch, ist eigentlich auch Elektromobilität. Es gibt natürlich hier Zusätze beim Kraftstoff mit regenerativen Energieträgern, das heißt Biokraftstoffe, die ja auch eine gewisse Rolle spielen. Gehen wir eins rüber, das sind die Haushalte. Man sieht, dass hier die Gase eine große Rolle spielen, sowohl zum Kochen als auch zum Heizen. Dann haben wir hier den elektrischen Strom, der macht hier auch relativ großen Anteil aus und hier die erneuerbaren Energien, ja direkt nur zum Beispiel in Form zur Heizung mit Pellets, Heizung und so weiter. Links davon, das verarbeitende Gewerbe oder Industrie kann man auch anders dazu sagen, spielt das Gas ähnlich große Rolle. Der Strom spielt noch eine viel größere Rolle. Unten Gewerbe noch und Handeldienstleistungen spielt der Strom die größte Rolle hier mit 39,3 Prozent, gefolgt von den von den Gasen und dann erst die Mineralöle. Hier sieht man die Entwicklung des Primärenergieverbrauchs nach den Energieträgern und hier in Rot dazu noch eingetragen, die eigentlich vereinbarten politischen Ziele, die man dazu hat. Letztes Jahr 2020 ziemlich Glück gehabt. Dadurch ist der Primärenergieverbrauch gewaltig gesunken und man hat tatsächlich die politischen Ziele genau getroffen. Das war aber eher ein Zufall. Hier sieht man die verschiedenen Energieträger, Braunkohle, Steinkohle, Mineralöl, Gase, Kernenergie. Ihr habt 2022, Ende 2022 nicht mehr existieren, sonstige Energieträger und was wir natürlich jetzt in der Vorlesung machen, sind die erneuerbaren Energien. Hier die Punkte nochmal wie vereinbart, wie gerade schon angesprochen, die politischen Ziele. Das heißt, wir sollen dann 2050 auf einen Primärenergieverbrauch von rund 7000 Petajoule kommen. Das ist zwar ganz erfreulich, aber wenn man das vergleicht mit dem, was einem notwendig ist, um den Klimawandel zu verhindern, ist es eigentlich ziemlich unambitioniert. Kommen wir aber noch zu einem anderen Zeitpunkt darauf zu sprechen. Gut, wir haben da gerade das gesehen, also was wir hier gerade gesehen haben, diese 12.779 Petajoule, das war das Energieflussbild, das wir gerade vor fünf Minuten gesehen hatten. Hier sieht man nochmal ein bisschen Großaufnahme von 2019 und 2020. 2020 sind Fett gedruckt die Anteile und 2019 sind hier in Klammern. Man sieht hier ein sehr großer Anteil an Mineralöl, gerade vor allem der Verkehr, haben wir ja gesehen, ist da ziemlich dominant. Dann Erneuerbare machen schon beim Primärenergieverbrauch relativ viel aus. Wenn man nachher tatsächlich beim Netto-Stromverbrauch schaut, noch viel mehr, da ist nämlich über die Hälfte. Kernenergie rund noch sechs Prozent. Wenn man dazu sagen muss, das ist natürlich zunächst mal der Brennwert der Kernbrennstäbe. Davon geht relativ viel verloren, weil man bei Kernkraftwerken in Deutschland zumindest die Abwärme nicht nutzt. Die wird durch das Kamin herausgeblasen und dadurch ist es trotz relativ hohen Primärenergieeinsatzes kommt da relativ wenig Strom dabei raus, wenn man das mit anderen auch konventionellen Energieträgern vergleicht. Gerade zur Braunkohle oder Steinkohle gibt es natürlich relativ oft Fernwärmeheizung, die man natürlich nur im Winter braucht, im Sommer, aber dann geht es dann doch durch den Kamin. Gas hat zwei Vorteile. Zunächst mal vom CO2-Ausstoß ist es rund nur halb so hoch wie Kohle und zudem ist es hochdynamisch. Also eine Gasturbine kann man innerhalb von wenigen Minuten hoch und runter fahren, während zum Beispiel ein Braunkohlekraftwerk doch mehrere Stunden braucht, bis zu acht Stunden, um praktisch von Volllast runter zu regeln oder umgekehrt. Bei Kernenergie lässt sich im gewissen Bereich etwas besser regeln, kann aber nur bis 40 Prozent gedrosselt werden. Prinzipiell kann Kernkraftwerk nicht unter 40 Prozent seiner Maximalleistung betrieben werden. Zum CO2-Ausstoß kommen wir noch, da muss man zunächst mal unterscheiden. Da gibt es zwei Spalten, die den Heizwert, also wenn man das Ganze verbrennt, wie viel CO2 wird da freigesetzt zur entsprechenden Wärmemenge. Normalerweise gibt man das in Julan, hier habe es hier um das bessere Vergleich deswegen auch in Kilowattstunden angegeben und auf der rechten Seite sieht man die tatsächliche Stromerzeugung in Gramm CO2 pro erzeugte Kilowattstunde Strom. Das sieht man zunächst mal beim beim Heizwert ist der CO2-Ausstoß noch nicht so groß, aber wir vorher schon geschildert, wenn man die Wärme nicht groß nutzen kann, was im Sommer zum Beispiel der Fall ist, dann wird nur ein sehr kleiner Teil dazu verwendet werden Strom zu erzeugen. Dementsprechend ist pro Kilowattstunde gesehen der CO2-Ausstoß sehr hoch, höher als bei anderen Energieträgern. Steinkohle ist 10-15 Prozent besser, Erdgas habe ich schon geschildert wesentlich besser, also über 50 Prozent besser und natürlich die Erneuerbaren liegen da eine ganze Größenordnung noch mal drunter hier. Windstrom also Onshore an Land mit 24 Gramm pro Kilowattstunde. Offshore ist zwar wesentlich aufwändiger zu bauen, man hat aber viel höhere Anzahl an Volllaststunden, deshalb ist es da tatsächlich ein bisschen niedriger, aber nur 23 Gramm CO2 pro Kilowattstunde von dem Bauaufwand. Wasserkraft ist es noch ein bisschen höher. Photovoltaik hängt es von der Technologie ab, aber selbst im ungünstigsten Fall hat man noch 70 Gramm pro Kilowattstunde. Wenn man jetzt einen guten Standort hat und moderne Technologien und noch viel Recycle kommt man dann auf 20 bis 25 Gramm pro Kilowattstunde. Hier mal, Sie hat es angegeben, 27 Gramm pro Kilowattstunde. Nuklear ist auch nicht ganz CO2-frei, man muss natürlich das Uran auch gewinnen, das ist auch mit einem hohen Aufwand verbunden und natürlich die Brennstäbe entlagern und zudem ist der Bauaufwand natürlich auch nicht ganz unerheblich. Hier sieht man die Entwicklung des Endenergieverbrauchs nach den verschiedenen Sektoren. Sieht also, da hat sich nicht viel geändert in den letzten, zumindest bis 2018. 2020 ist da noch nicht drauf, aber man sieht hier, dass die Sektoren ungefähr ganz grob gleich sind. Gut Gewerbe, Handel, Dienstleistung ist ein bisschen weniger als die anderen, aber grob ist es gleich. Man sieht jetzt hier, dass Industrie, wenn man das mit 1990 vergleicht, ein bisschen abgenommen hat. Verkehr eher zugenommen, kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Hier sieht man die Entwicklung der energiebedingten Treibhausgasemissionen, also nicht nur CO2, sondern auch Methanfreisetzung und andere Treibhausgase und nach den verschiedenen Quellgruppen. Man sieht hier, blau ist der Verkehr und rot ist die Energiewirtschaft. Man sieht hier, die hat ihre Aufgaben gemacht. Es ist doch eine erhebliche Absenkung da, während der Verkehr eigentlich konstant geblieben ist. Obwohl von der Autoindustrie immer gesagt wurde, dass die Motoren immer effizienter werden, aber dafür werden die Autos immer größer und schwerer. Die Leute fahren auch schneller, haben mehr Leistungen und deswegen ist es stagniertes da. Also da ist gar keine Verringerung der Treibhausgasemissionen festzustellen. Insgesamt, wenn man das aufaddiert, sieht man natürlich hier schon, ist eine Verminderung dort festzustellen. Nicht besonders hoch, aber ist auf jeden Fall vorhanden. Hier sieht man die durch Einsatz erneuerbaren Energien reduzierten Treibhausgasemissionen insgesamt. Vor allem, die ich schon andeuten lassen, beim Strom hat man insgesamt 181 Millionen Tonnen CO2 vermieden. Vor allem durch die Windenergie, hier in blau eingezeichnet. Dann die Photovoltaik mit 34,9 Millionen Tonnen Liter vermieden wurden und Biomasse etwas weniger Wasserkraft. Gut, macht insgesamt nicht viel aus, aber hier dort trotzdem auch nicht nachlässig. Vor allem ist es eine konstante Energiequelle. Wärme sieht es noch nicht so gut aus und Verkehr kaum. Da haben wir praktisch bis auf diesen Bio-Diesel-Biokraftstoffzusatz eigentlich kaum etwas. Gehen wir zu den Haushalten. Gehen wir gleich zum Stromverbrauch. Schauen wir, ein Haushalt kommt erst danach. Zunächst mal hier die verschiedenen Nutzungssektoren insgesamt des Netto-Stromverbrauchs. Wieso sage ich jetzt Netto? Es gibt oftmals Angaben für den Brutto-Stromverbrauch. Das sind dann allerdings so die Verluste beim Transport sowie bei der Gewinnung. Zum Beispiel der Braunkohlebagger muss auch angetrieben werden, wird meist mit Strom angetrieben. Das wird beim Brutto-Stromverbrauch mit aufgerechnet. Und wir wollen halt hier nur den Netto-Stromverbrauch betrachten. Also wie viel kommt tatsächlich beim Verbraucher an und wie viel wird er verbraucht. Sieht hier, das größte Anteil ist die Industrie. Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe. Mit rund 45 Prozent wird er verbraucht. Und von diesen 488 Milliarden Kilowattstunden bis in ungewöhnliche Einheit wird in der Energiewirtschaft relativ oft verwendet. Ich sage dann einfach Terrawattstunden. Das ist einfach ein bisschen physikalischer. Dann haben wir Gewerbehandel, Dienstleistung 27 Prozent und dann die Haushalte mit 26 Prozent. Verkehr macht halt relativ wenig aus. Das ist im Grunde hier eigentlich nur die Deutsche Bundesbahn hier oder andere Bahnunternehmen. Es gibt ein paar Elektroautos, aber die spielen hier extrem wenig eine Rolle. Kurz zu den Haushalten. Man sieht, dass der durchaus schwankt. Also wenn man ein Personenhaushalt hat, kann man mit einem Haushalt pro Personenverbrauch von rund zwei Megawattstunden im Jahr rechnen. Wenn man jetzt vier und mehr Personen hat, ist der Energieaufwand fast halbiert. liegt er nur noch bei 1,235 Megawattstunden pro Person im Haushalt. Wie teilt sich der Stromverbrauch im Haushalt auf und wie ist die Entwicklung? Zunächst einmal links 2009. Verbrauch wurde etwas reduziert. Also man sieht hier 139 Terrawattstunden und heutzutage haben wir 125,7 Terrawattstunden. Der größte Anteil ist hier Kochen, Bügeln und so weiter. Prozesswärme 27 Prozent, jetzt sogar 30 Prozent. Man sieht hier, erstaunlicherweise hat mich etwas gewundert, Information und Kommunikation ist gleich geblieben. Ich hätte eher geschätzt, dass es zugenommen hat. Aber es liegt natürlich daran, dass man dann vor zehn Jahren waren durchaus noch sehr konventionelle, sehr viel konventionelle Fernseher am Einsatz, die mit Röhrentechnik natürlich schon ein paar hundert Watt Aufnahmen. Heutzutage durch die LED-Technik sind die Fernseher zwar größer geworden, verbrauchen aber insgesamt weniger Strom. Insgesamt ist natürlich durch Internet und verstärkte Computernetzung, kann man erwarten, dass es hier zunimmt. Heizung hat abgenommen von elf Prozent auf sechs Prozent. Es liegt halt zunehmend auf die bessere Dämmung der Häuser sich zurückzuführen und Warmwasserbereitung ist auch eine leicht reduzierte Wirkung. Klimakälte ist seit 2009 gab es im Grunde gar noch nicht und hier ist es inzwischen ein Prozent. Kann es mit Klimawandel zu tun haben oder 2019, hier war nicht besonders warm. Es gab 2018, war wesentlich warmer, aber spielt dann hier auch eine größere Rolle. Es geht oft so, dass die Gebäude so gebaut werden, dass man halt auch im Winter vor allem eine große passive Energiegewinnung hat durch die Sonne. Im Sommer gibt es dann natürlich eine Überproduktion und da muss man dann auch kühlen und man kann also nicht alles auf dem Klimawandel schauen, wird natürlich langfristig schon was ausmachen und ist aber auch günstiger, weil im Sommer der Photovoltaikstrom wesentlich günstiger erhältlich ist als im Winter und deshalb macht es eher Sinn, statt im Winter zu heizen, im Sommer etwas zu kühlen. Hier sieht man die Entwicklung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Hier der Großteil wird hier durch die Windenergie bereitgestellt, gefolgt von der Photovoltaik. Insgesamt hat man hier rund 251 Terawattstunden Stromerzeugung durch erneuerbare Energien im Jahr. Das ist ganz erstaunlich die Entwicklung, also innerhalb von 20 Jahren, wenn man hier mal schaut, da waren es noch bei 36,2 Terawattstunden, das ist auch 251 Terawattstunden. Sowas ist das ungefähr Faktor 8 oder sowas, was man da praktisch hier erhöht hat. Hier sieht man die Entwicklung, also vor allem Windenergie ist da noch schön hochgegangen. Auf See gab es erst ab 2013, 14 überhaupt eine Entwicklung. Bei der Photovoltaik gab es in den letzten paar Jahren gewisse Stagnationen. Insgesamt haben wir jetzt knapp 51 Gigawatt an Nennleistung installiert und Biomasse ist eine Stagnation im Grunde seit 2014 zu verzeichnen. Ist auch nicht ganz unumstritten, komme ich auch nachher bei dem Kapitel drauf zu sprechen. Dann kommen wir zur Wasserkraft und da sehen wir, das ist auch ziemlich stagnierend, weil halt praktisch auch die Ressourcen in Deutschland ziemlich ausgeschöpft sind. Hier auch nochmal anders dargestellt, die Entwicklung des Zubaus, der installierten Leistung oben und unten tatsächlich die Stromerzeugung von den erneuerbaren Energien. Die Grafiken differieren ein wenig, es liegt einfach daran, dass die Volllaststunden unterschiedlich sind. Die Festlegung der sogenannten Nennleistung bei der Photovoltaik ist reichlich optimistisch. Es lag an diesen SCC-Standard Prüfbedingungen bei 1000 Watt pro Quadratmeter Einstrahlung. Das kommt in Deutschland eigentlich relativ selten vor und deshalb ist praktisch bei einer relativ hohen installierten Leistung kommt dann doch relativ wenig raus. Wenn man zum Beispiel den letzten Wert hier nimmt, haben wir 4,8 Gigawatt zugebaut und von diesen 4,8 Gigawatt haben wir nur 53 insgesamt ja, Entschuldigung, unten ist kumuliert und so. Aber insgesamt der Zubau, wenn man es praktisch hier nochmal anschaut, im Vergleich zur erzeugten Energie, also man praktisch etwa fast gleich viel Windenergie wie Solarenergie an Nennleistungen zugebaut, aber die Windenergie erzeugt dann doch wesentlich mehr Strom. Insgesamt am Bruttostromverbrauch ist diese Grafik jetzt haben wir 2020 rund 46 Prozent durch erneuerbare Energie und regenerative Energien erzeugt. Das ist praktisch hauptsächlich durch die Windenergie im Land um die 20 Prozent. Dann schon gefolgt von der Photovoltaik mit 9,3 Prozent, ähnlich hoch wie die Biomasse und recycelter Müll. Dann die Wasserkraft, wie schon gesagt, bleibt ziemlich konstant und was hier ein bisschen zugenommen hat, ziemlich stark zugenommen hat, ist die Offshore-Windenergie. Das Ganze ist Bruttostromverbrauch. Da ist jetzt der Verbrauch von den Braunkohlebaggern und so weiter auch noch mit drin. Wenn man nur rein den Netto-Stromverbrauch nimmt, hat man letztes Jahr die 50-Prozent-Marke geknackt. Wir waren da ab 2020 bei 50,4 Prozent. Und das ist ganz erstaunlich. Also als ich da mit der Photovoltaik angefangen habe, so in den 90er Jahren, 90 bis 93, 93 habe ich meine Dissertation abgegeben, da gab es im Grunde nur Wasserkraft und das lag bei 3 Prozent. Und jetzt sind wir bei über 50 Prozent erneuerbaren. Das ist, was ich vorher schon angesprochen habe, der Unterschied bei verschiedenen Technologien zwischen installierter Erzeugungskapazität und tatsächlich erzeugter elektrische Energie. Sieht man das bei Wind, Offshore und Onshore, also ziemlich ähnlich. Bei der Photovoltaik muss man relativ viel installieren und hat dann relativ wenig erzeugte elektrische Energie. Ist ein bisschen standortabhängig natürlich. In Deutschland ist die Sonne nicht ganz so oft und die Norm ist auch ein bisschen ungünstig, nach der das festgelegt wurde. Und ähnlich bei den anderen, wenn man sich das noch anschaut, da gibt es sogar einen umgedrehten Fall. Genau, also bei Biomasse und sonstiger Erzeugbare Energien haben wir nur einen Anteil bei der installierten Leistung von 3,9 Prozent, aber 8,2 Prozent von der erzeugten Energie, weil die natürlich auch voll durchlaufen. Dann können das ganze Jahr über betrieben werden, Tag und Nacht. Insgesamt hat man eine installierte Leistung an Kraftwerken von 218 Gigawatt netto und die erzeugten rund 574,3 Terawattstunden. Wie gesagt, das war jetzt für 2019. Für 2020 war es ein bisschen durch Corona weniger, haben wir vorher gesehen. Es waren rund 488 Terawattstunden. Kommen wir jetzt zur Sonnenenergienutzung. Zunächst mal den ersten Teil, behandeln wir in diesem Vorlesungsteil nur noch die Einstrahlung. Wie misst man die und so weiter und die Solarthermie. Zunächst mal das solare Potenzial und die solare Einstrahlung. Wir gehen auf die astronomischen Grundlagen solare Energienutzung ein. Die Arten der Einstrahlung, Diffus, Direkt, Albedo und so weiter. Dann die Messung der Einstrahlung der verschiedenen Arten. Den Einfallswinkel der Strahlung ist natürlich wichtig, wenn man da möglichst viel ernten will. Dann kommen wir zur solarthermischen Nutzung. Die solarthermischen Kollektoren und Systeme werden wir wahrscheinlich erst in der nächsten Vorlesung schaffen. Und gehen dann über zu der konzentrierenden Solarthermie. Dann zu solarthermischen Systemen, zur Stromerzeugung. Genau, das sind wir schon. Und jetzt sind wir jetzt hier schon bei der Energiequelle, die wir hier haben. So für die Solarenergienutzung. Aber wie ich vorher schon geschildert habe, wurden natürlich auch im Grunde die ganzen konventionellen Energieträger wie Kohle, Öl und Gas im Grunde auch durch den Photosyntheseprozess, im Grunde durch Umwandlung der Sonnenenergie erzeugt. Der Fusionsreaktor im Moment an der Sonne hat eine enorme Leistung mit 4 mal 10 hoch 20 Megawatt. Strahlt nach allen Richtungen ab. Das Ganze hier ist nicht maßstabsgetreu. Wir haben hier praktisch eine Entfernung von rund 150 Millionen Kilometer zu Erde. Auch der Erdradius ist nicht maßstabsgetreu. Ich zeige Ihnen in den darauf folgenden Folien mal, wie das maßstabsgetreu auszusehen hat. Sie sehen sie nicht so viel und verstehen auch, wie ich das hier so dargestellt habe. Die Kernfusion findet bei einer sehr hohen Temperatur statt, bei rund 15 Millionen Grad. Glücklicherweise strahlt die Sonne nicht mit dieser Temperaturstrahlung. Das wäre nämlich so eine sehr harte Röntgenstrahlung. Da wäre gar kein Leben auf der Erde möglich, sondern sie strahlt mit der relativ kühlen Oberfläche. Die hat nämlich in Veranführungszeichen nur knapp 6000 Grad, 5800 Kelvin. Und Herr Planck hat da vor dem letzten Jahrhundert, was waren das, ungefähr 120 Jahren, diese Formel hier entwickelt, mit dem man praktisch das Spektrum eines thermischen Temperaturstrahlers beschreiben kann. Das ist hier die spektrale Leistungsdichte der Sonne. Die hängt von der Temperatur ab. Je heißer die Sonnenoberfläche ist oder überhaupt ein Temperaturstrahler, desto kurzwelliger ist die Wellenlänge. Gleichzeitig ist das Ganze energiereicher. Je kälter das Ganze ist, desto mehr wandert das Ganze zu Wellenlängen. Und das wird auch in der Astronomie ausgenutzt. Man kann dann zum Beispiel auch damit die Oberflächentemperaturen von ganz entfernten Sonnen bestimmen, indem man einfach das Spektrum hier auswertet und schaut, wo ist das Maximum. Das nennt sich ein Wiensches Gesetz, ein österreichischer Physiker, der das da entdeckt hat. Also hier liegt es bei uns bei rund 555 Nanometer. Damit kann man sagen, das ist praktisch die Temperatur des Temperaturstrahlers der Sonne. 5800 Kelvin. Das ist unser, was wir sehen, unser Auge. Das liegt inmitten des sichtbaren Spektrums. Das sichtbare Spektrum wird bei uns einfach Licht bezeichnet. Da wir natürlich aber auch andere Anteile umwandeln können, reden wir nicht über Sonnenlicht, sondern über solare Einstrahlung. Das bezeichnet nämlich das Ganze, was hier von dem Spektrum eingeschlossen wird. Rechts davon zum Beispiel hier alles, was überhalb von 800 Nanometer ist, ist infrarote Einstrahlung. Und was links, also kleiner als 400 Nanometer ist, ist ultraviolette Strahlung. Die können wir natürlich nicht sehen, aber im Grunde fühlen wir sie, wenn wir Sonnenbrand bekommen. Und wir können sie natürlich auch nutzen für die solare Umwandlung. Wenn man sich das überlegt, also wir haben diese riesige Leistung von 4 mal 10 hoch 20 Megawatt. Was auf der Erde davon ankommt, das kann man sich hier schön ausrechnen mit den Flächen und den Radien hier. Und der Entfernung sind eigentlich relativ wenig davon. Ein sehr kleiner Anteil, vor allem wenn man nachher sieht, wie weit tatsächlich die Sonne von der Erde entfernt ist und wie klein die Erde im Vergleich zur Sonne ist, sind aber immerhin noch 178 Petawatt. Wie das im Verhältnis zur Weltenergieversorgung steht, sehen wir nachher in ca. 5 Minuten. Zunächst mal die Größenverhältnisse. Das ist jetzt tatsächlich das reale Größenverhältnis. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen sehen, die Sonne sehen sie auf jeden Fall. Und hier der Erddurchmesser ist praktisch nur ein 100 Neuntel des Sonnendurchmessers hier. Also sehr sehr klein, also kleiner als ungefähr 1 Prozent des Sonnendurchmessers. Die Entfernung ist hier natürlich überhaupt nicht maßstabsgetreu. Die sehen wir jetzt hier. Das ist jetzt maßstabsgetreu. Das ist die Entfernung so. Und hier die Erde nur noch nicht mehr Stecknadelkopf, sondern Stecknadelspitze groß hier. Und das entspricht diesen 150 Millionen Kilometer, die wir hier haben. Oder eine Winkeleinschließende von einem einen Grad. Das ist jetzt, was ich hier schon angedeutet hatte, der Bezug zum Weltenergieverbrauch. Wir haben hier diese kleine rote Würfel entspricht dem Weltenergieverbrauch während eines Jahres. Also nicht nur Stromverbrauch, sondern alle Arten des Energieverbrauchs. Demgegenüber haben wir jetzt hier eingetragen die verschiedenen Reserven, die wir hier haben. Vom Erdgas, Erdöl, Kohle, auch Uranreserven. Denkt man, das ist auch nicht unbegrenzt. Also praktische Brüdertechnologie ist auch noch nicht ganz ausgereift. Also man muss hauptsächlich auf Uran zurückgreifen. Und wenn tatsächlich die ganze Welt mit Atomkraftwerken betrieben werden sollte, ist es natürlich auch nicht absehbar, dass die erschöpft sind, diese Vorräte. Ähnlich wie bei den Erdgasvorräten. Erdöl hängt noch ein bisschen länger. Kohle, gut kann man auch noch ein bisschen länger, vielleicht 100, 200 Jahre. Aber natürlich haben wir das Klimaproblem, weil es halt einen besonders hohen CO2-Ausstoß hat. Was das Interessanteste an der Grafik hier natürlich ist, ist die solare Einstrahlung auf die Erdoberfläche. Das waren nicht insgesamt. Das sind nämlich die Ressourcen, die wir für alle Zeiten haben, die innerhalb von 150 Millionen Jahren erzeugt wurden. Das kommt jedes Jahr frisch rein hier. Das ist die Sonneneinstrahlung auf die Erdoberfläche während eines Jahres. Die Einstrahlung war vor 100, 200 Millionen Jahren ähnlich groß. Man sieht also, diese Würfel waren dann praktisch also 200 Millionen Mal da. Das sind ja 200 Millionen Mal oder 150 Millionen Mal die jährliche Einstrahlung. Und man sieht, wie viel davon übrig geblieben ist, von den Kohlereserven. Also das verdammt wenig. Der Wirkungsgrad ist extrem klein, die Umwandlung von Sonnenenergie in Kohle, Öl und Gas. Hier sieht man das Ganze auch wieder nicht maßstabsgetreu. Die Sonne im Abstand von 150 Millionen Kilometer. Was hier das Interessante ist, sind die Drehachsen, die wir hier haben. Zunächst einmal waren die Autorotationsachse zur Drehachse um die Sonne parallel. Und es gab dann eine Kollision mit einem erdähnlichen Planeten, wo auch unser Mond entstanden ist. Und der hat dazu geführt, dass die Drehachsen verschoben wurden. Also eigentlich die Drehachse um sich selbst und zwar um 23,5 Grad. Das hat dann zur Folge, dass zu bestimmten Jahreszeiten, zum Beispiel jetzt hier im Sommer, am 21.06. ist die Nordhalbkugel stärker der Sonne zugeneigt. Und praktisch hier eine höhere Einstrahlung. Das liegt ein bisschen senkrechter drauf. Genau senkrecht auf einem breiten Grad von 23,5 Grad nördlich vom Äquator. Genau am 21.06. Weiter nördlich geht es dann nicht mehr. Und dann, wenn man dann weiter im Jahr geht, 21. bis 22.09. Das ist die sogenannte Nacht- und Tagesgleiche. Hier haben wir praktisch die senkrechte Einstrahlung der Sonne auf den Äquator. Dann kommen wir hier zum Winter und da ist die Südhalbkugel stärker der Sonne zugeneigt. Da ist dann Sommer in Brasilien und Australien und so weiter. Und wir haben hier dann eine höhere Einstrahlung und vor allem längere Tagesdauern. Dann haben wir hier einen zweiten Äquinox. Das wird praktisch hier die Tages- und Nachtgleiche bezeichnet. Am 21.03. Da ist die Einstrahlung auf die Nord- und auf die Südhalbkugel genau gleich groß. Und sowohl die Nord- als auch die Südhalbkugel haben überall eine Tages- und Nachtlänge von jeweils zwölf Stunden. Was noch erwähnenswert ist die sogenannte extraterrestrische Bestrahlungsstärke. Das ist also die Bestrahlungsstärke, die man hier vorfindet, überhalb der Erdatmosphäre. Für die Satelliten ist das zum Beispiel relevant. Die Bestrahlungsstärke bleibt natürlich konstant. Da ist kein großes Gut. Es ist natürlich diese Umgräumung. Es ist fast kreisförmig. Es ist leicht elliptisch. Dadurch schwankt die ein bisschen. Und diese Bestrahlungsstärke liegt bei 1367 Watt pro Quadratmeter. Wird auch als Air-Maß Null bezeichnet. Was Air-Maß ist, lernen wir gleich kennen. Oder wird als Solarkonstante bezeichnet. Weil es natürlich auch relativ konstant ist. Es wird nicht vom Wetter oder vom Atmosphärenzustand beeinflusst. Hier sieht man gerade den Einfluss des sogenannten Air-Maßes nochmal. Das ist die Durchstrahlungsdicke durch die Atmosphäre. Das sieht man hier. Also wenn die Sonne senkrecht einstrahlt, dann hat man den kürzesten Weg durch die Atmosphäre. Wenn jetzt hier nicht nur ein Gebirge ist, dann könnte man theoretisch so 1,5 oder sowas erreichen. Je nachdem wie hoch das Gebirge ist. Und hier ist eine senkrechte Einstrahlung. Das heißt dieser sogenannten Sonnenelevationswinkel. Gamma s ist hier bezeichnet. Also das ist praktisch Sonnenelevation. Ist hier 90 Grad. Und wenn man das hier einsetzt. Also 1 durch Sinus von 90 Grad. Ist natürlich 1 durch 1. Und dann praktisch AMx gleich 1. Also haben wir hier entsprechend AM1. Das ist die kürzeste Strahlungsdicke. Wenn man jetzt zum Beispiel einen anderen Wert nimmt. Hier 42, 3 Grad. Und das Ganze hier einsetzt. Dann kommt man hier auf AM von 1,5. Wieso ist es gerade hier AM1,5? Wieso ist es wichtig? Weil es für die Normung, für die Leistungsbestimmung von Photovoltaikmodulen hergenommen wird. Da ist praktisch dieser Standard AM1,5. Hier sieht man die Unterschiede der Spektren. Zunächst mal die Solarkonstante. Spektrum AM0. Eingezeichnet. Das ist praktisch überhalb der Atmosphäre. Entspricht praktisch einem idealen Spektrum. Eine sogenannte Schwarzkörperstrahlung. Wie wir es vorher gesehen haben. Also direkt auf der Sonnenoberfläche. Da passiert in den 150 Millionen Kilometern eigentlich kaum was. Und hier hat man praktisch nach einer Durchstrahlung von 1,5. Also das eine ist hier gemessen. AM0. Und das Ganze ist hier durch die Atmosphäre durch. Und hier auf dem Artboden gemessen. Da sieht man es hier. Diese blau eingezeichnete Kurve. Wenn man es hier links anfällt. Es ist natürlich hier ein Teil des UV-Anteils absorbiert oder gestreut. Absorbiert eigentlich so. Und insgesamt hat die Intensität etwas abgenommen. Man sieht hier verschiedene Absorptionsbanden, die es hier gibt. Durch Wasserdampf beispielsweise. Aber auch andere Gase, die in der Atmosphäre vorhanden sind. Hier nochmal eingezeichnet. Hier der sichtbare Bereich. Von etwa 0,4 Mikrometer bis 0,8 Mikrometer. Jenseits von 0,8 Mikrometer wird das Ganze als Infrarot bezeichnet. Ach halt kurz nochmal zur Korrektur. Der Höhenwinkel von AM1,5 ist nicht 42, sondern 41,5 Grad. Also Arcosinus von 3,5 und das ist ungefähr 41,5 Grad. Und das ist hier oft aufgetragen. Auf der y-Achse die spektrale Bestrahlungsstärke in Watt pro Quadratmeter je Mikrometer. Hier sieht man das für verschiedene Höhenwinkel. Zunächst einmal haben wir schon kennengelernt. AM1, 90 Grad Sonnenhöhenwinkel. Das entspricht praktisch der Einstrahlung auf dem Äquator. Bei Equinox haben wir schon kennengelernt. Am 21.03. und am 21.09. Manchmal fällt es auch am 22.09. Das liegt nämlich daran, dass die Jahreslänge keine ganztageige Tageszahl ist. Sondern man hat einen Viertel Tag immer mehr. Also 365,25 Tage. Und je nachdem ob es ein Schaltjahr ist oder nicht, fällt es mal auf 21. oder 22.09. Dann, das ist um 12 Uhr mittags. Dann eine Stunde und 20 Minuten später ist der Sonnenhöhenwinkel beträgt ja nur noch 70 Grad. Sie sehen hier das zweite Spektrum in gelb eingezeichnet. Das sieht man vielleicht nicht so gut. Da haben wir praktisch einen entsprechenden AM von 1,06. Noch weiter um 14.40 Uhr. Also zwei Stunden und 14 Minuten später ist der Sonnenhöhenwinkel nur noch 50 Grad. Und man schiebt dann schon. Das Spektrum verändert sich doch ziemlich stark. Die Instanzität hat abgenommen. Der Blauanteil fehlt hier ein bisschen. Und ich habe hier versucht durch die Farbe zu kennzeichnen. Das Spektrum wird etwas orangener. Und bei 30 Grad, also gegen 16 Uhr, wird es schon. Also hier der Blauanteil fehlt doch sehr merklich. Und das ganze Spektrum wird etwas rötlicher. Die Fotografen waren praktisch eine schöne Nachmittagsaufnahme. Und die Schattenwirkung ist etwas auch angenehmer. Und wenn man dann um 17.20 Uhr ist, bei Equinox am Äquator ist der Sonnenuntergang genau um 18 Uhr. Also 14 Minuten vor Sonnenuntergang haben wir ein Spektrum mit fast gar keinem Blauanteil mehr. Und gar kein Ultraviolettenmärkteil. Und hier sehr großen Rotanteil. Insgesamt geringe Intensität. Das ist unser berühmtes Abendrot. Hier sieht man die verschiedenen Einstrahlungstypen. Zunächst einmal von der Sonne aus, wenn wir hier rechts dieses Bild betrachten, haben wir zunächst einmal einen Anteil mit direkter Sonneneinstrahlung. Das haben wir jetzt hauptsächlich betrachtet. Aber es gibt ja oft Wolken und so weiter. Aber nicht nur Wolken, aber auch generell Aerosole und so weiter. Absorptionspartikel in der Atmosphäre. Und die wandelt die direkte Sonneneinstrahlung in diffuse Einstrahlung um. Teil natürlich wurde auch zurückreflektiert. Die kommen gar nicht auf dem Boden an. Hier sieht man so einen Jahresverlauf. Vor Berlin beispielsweise. Bei dem Winter hier, wenn man hier vor Januar betrachtet. Das Ganze ist hier aufgetragen in Bestrahlung in Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Tag. Und man sieht hier im Januar ist man da unter 0,2-0,23 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Tag. Und das fällt zudem noch alles nur diffus an. Direkter Anteil ist da ziemlich wenig. Wenn man das im Sommer vergleicht, dann hat man dann so Spitzenwerte von bis zu 8 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Tag. Ein Großteil davon ist direkte Einstrahlung. Es ist aber nie, dass man nur direkte Einstrahlung hätte. Sondern ein gewisser Anteil, bei sehr klaren Himmeln, 30 Prozent, ist immer diffuse Einstrahlung. Nämlich das Himmelsblau gehört auch dazu. Wenn wir unsere Atmosphäre nicht hätten, zum Beispiel im Weltraum. Oder auch, sehen Sie vielleicht, wenn Sie im Flugzeug sehr hoch fliegen. Und Sie schauen nach oben, ist der Himmel tatsächlich schwarz. Weil natürlich nichts von der Atmosphäre mehr gestreut wird. Die blaue Strahlung gestreut. Sogenannte Rohrleichtstreuung. Und diese findet dann nicht mehr statt. Und vom Satelliten aus gesehen ist die Sonne einfach nur ein strahlender Punkt. Und der Rest ist alles schwarz. Und bei uns sieht man natürlich noch die diffuse Einstrahlung. Die sind blau, die Himmelsblau. Und das ist hier in dunkelrot hier im Grunde eingezeichnet. Sieht ihr diese extrem große Dynamik. Wenn man es mit anderen Ländern vergleicht, wenn sie da näher am Äquator sind, ist es halt viel, viel ausgeglichener. Und das ist ein bisschen auch ein großes Problem bei der Nutzung der Solarenergie ganzjährig, dass wir halt hier von 8 Kilowattstunden bis 0,2 Kilowattstunden pro Tag haben. Wir müssen entweder das hoffnungslos überdimensionieren, damit wir gut durch den Winter kommen, oder entsprechende Speicher bauen, dass wir die Energie, die wir im Sommer haben, in den Winter transferieren können. Hier sieht man das Ganze für Kairo. Das ist zwar noch nicht am Äquator, aber man sieht es auch wesentlich ausgeglichener. Da hat man als minimale Einstrahlung statt 0,3 eher so 3,5 Kilowattstunden. Das ist fast für den Minimal fast den Faktor 10 mehr. Wir haben also 3,5 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Tag. Das Maximum ist gar nicht mal so unterschiedlich zu dem in Berlin, also liegt bei 8,5 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Tag. Das liegt aber vor allem daran, dass wir halt im Sommer in Deutschland eine sehr große Tageslänge haben. Die hat man in Kairo oft gar nicht, aber in Deutschland oft 16 Stunden Helligkeit. Kurz zu den Bezeichnungen, die einen haben Sie schon kennengelernt. Den Sonnenhöhenwinkel, Gamma S, sehen Sie hier, Gamma S, praktisch die Elevation von der Sonne. Sie finden manchmal in der Literatur auch manchmal den sogenannten Zenitwinkel, hier angegeben. Wir gehen da nach der DIN 5034. Da heißt praktisch hier, der Elevationswinkel ist relevant, Gamma S. Und der sogenannte Azimut Alpha S wird von der Nordrichtung aus gemessen. Oftmals finden Sie in der Literatur auch Abweichungen von Süden aus. Aber da ist halt vorgeschrieben, ähnlich wie bei der Kompassrose, die Abweichung von Norden wird praktisch angegeben als Alpha S. Sie können die Sonnenposition zu jeder Minute berechnen. Dazu gibt es einige Formeln. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal diese da von der DIN 5034 Teil 2. Und wenn Sie, gehe ich jetzt nicht im Einzelnen drauf ein, kommt an der Prüfung auch nicht dran. Aber wenn Sie da Spaß haben, sich da so eine App zu schreiben oder das zu programmieren. Hier ist die Formel dafür. Zunächst mal hier dieses Alpha S, diesen Sonnenazimut. Das ist hier nach dieser Formel, der hängt von diesem Delta ab. Das Delta ist der sogenannte Deklidationswinkel. Das heißt, die Sonnenposition bei Tageshöchststand relativ zum Äquator. Die wird hier mit berechnet. Klein D ist praktisch die Tagesnummer. Beginnt mit Nummer 1 für den 1. Januar bis zu 365 oder manchmal 366 beim Schaltjahr. Die tragen Sie hier ein. Und was haben wir noch hier? Genau. Vieh den breiten Grad. Positiv für die Nordhalbkugel, negativ für die Südhalbkugel in Grad. Und dann die Stundennummer des Tages. Also von der Sonnenzeit 12 Uhr ist bei Sonnenhöchststand und das Einheitenlos. Man kann das, wenn man es ganz genau berechnen will, noch die Brechungseigenschaften der Atmosphäre mit berücksichtigen. So findet man Angaben im sogenannten Astronomical Alma nach. Da kann man jetzt praktisch diesen zusätzlichen Elevationswinkel, denn die Atmosphäre wirkt dann natürlich wie eine Linse ein bisschen. Das heißt, die Sonne erscheint dann ein bisschen höher, als sie tatsächlich ist. Und das kann man hiermit berechnen. Zunächst mal für Winkel größer als 15 Grad ist es tatsächlich sehr, sehr wenig. Wenn es kleiner als 15 Grad ist, kann man diese Formel nehmen. Die Genauigkeit mit dieser Formel ist sehr, sehr gut. Man hat dann praktisch für Sonnen-Elevationswinkel Gamma S Größe gleich 15 Grad und eine Genauigkeit von 0,0017 Grad. Hier sieht man so typische Sonnen-Elevationswinkel im Jahresverlauf von Berlin. Beispielsweise gehen wir zunächst mal vom Worst Case aus hier, 21. oder 22.12. hier, AM4. Und die Sonne kommt da kaum über den Horizont. Die hat nämlich nur einen Sonnen-Elevationswinkel von 14,1 Grad. Das für Paderborn lässt sich relativ leicht aufrechnen. Man muss dann einfach schauen, wie groß die Breitengrad-Differenz ist. Nämlich Paderborn legt 0,6 Grad südlicher. Dementsprechend ist der Sonnen-Elevationswinkel 0,6 Grad mehr. Das heißt, wir haben dann für die tiefste Position 14,7 Grad statt 14,1 Grad. Wenn es hier weiter geht, hier von Beispiel 2.3. haben wir AM2, Sonnen-Elevationswinkel von 30 Grad. Sieht das Ganze so aus. Und der Sonnenhöchststand hat man für Berlin 60,8 Grad. Paderborn natürlich 0,7 Grad mehr. Jetzt spricht hier von Berlin AM1,15, das man hier hat. Senkrecht erreichen wir das natürlich nie. Dazu müsste man eine Position haben, die zwischen den beiden Wendekreisen liegt. Das heißt, plus minus 23,5 Grad vom Äquator entfernt. AM0 ist hier der Weltraum, das ist unsere Solarkonstante hier oben. Hier sieht man die Sonnen-Elevation und den Azimut im Tagesverlauf. Bei bestimmten Tagen fangen wir nochmal an mit dem 21. Dezember. Da ist die Sonne sehr niedrig. Wir sehen hier, kann man auch mal kontrollieren, hier bei 180 Grad von Norden. Sonnenazimut Alpha S sind praktisch genau im Süden. 12 Uhr mittags ist die Sonne genau im Süden hier. Kommt ungefähr hin. Und wir haben hier einen Elevationswinkel. Die Sonnenhöhenwinkel Gamma S in Grad ist hier um 12 Uhr 14,1 Grad. Sehen wir hier genau. Das ist praktisch genau das hier, 14,1 Grad. Das ist um 12 Uhr mittags. Und der Sonnenhöchststand jetzt hier am 21. Juni. Da kann man ein bisschen über 60 Grad, das wir hier haben. Das ist unser Sonnenhöchststand. Und natürlich hier, die Sonne geht am 21. Juni schon 4 Uhr morgens auf. Das ist also nicht Sommerzeit, sondern direkt die normale Winterzeit eigentlich. So geht hier hoch und geht dann erst um 20 Uhr unter. So haben wir sehr lange Tageszeiten hier. Das Gegenteil ist im Winter. Da geht die Sonne erst um 8 Uhr auf und geht um 16 Uhr schon wieder unter. Wieso ist sowas wichtig? Klar, zunächst mal mehr Energie und so weiter. Aber wenn wir jetzt einen solarthermischen oder solarelektrischen Umwandler aufbauen, hat man oftmals das Problem, dass man kein freies Sichtfeld hat, sondern dass irgendwelche Gebäude vorher stehen oder Türme und so weiter. Und das schauen wir uns nachher aber gleich mal an. Zunächst mal kurz ein Blick auf Kairo. Das liegt nicht 23,5 Grad nördlich vom Äquator, sondern immerhin noch 30,1 Grad. Das heißt, selbst dort erreichen wir keine senkrechte Einstrahlung. Da ist der maximale Höhenwinkel liegt dann bei 83,4 Grad. Entsprechend AM 1,01. Und der tiefste Punkt hier, 22.21.12. ist bei 36,4 Grad. Also wesentlich höher als in Deutschland mit unseren 14,1 Grad vor Berlin beziehungsweise 14,7 Grad vor Paderborn. Dementsprechend sieht das Verlaufsbild hier ein bisschen an. Also für die Sonnenelevationen den Sonnenazimut. Es geht halt wesentlich steiler nach oben. Man sieht aber auch, die Tageslängen sind übers Jahr viel homogener. Also selbst hier im Hochsommer geht die Sonne um 5 Uhr auf und geht jetzt um 19 Uhr unten. Und im tiefsten Winter geht die halt um 7.30 Uhr erst auf und geht dann ungefähr hier um 17 Uhr wieder unter. Oder 16.30 Uhr. Das, was ich vorher angesprochen habe, der Einfluss von Gebäuden zum Beispiel, die davor stehen, spielt im Hochsommer vielleicht eine geringere Rolle, weil die Sonne darüber strahlt. Aber gerade im Winter, wo man sowieso wenig Einstrahlung hat, muss man sehr darauf achten, dass man da möglichst wenig Beschattung hat. In diesem Beispiel, wo man rechts oben sieht, gerade diese entsprechenden Sonnenhöhenwinkel, haben wir gerade am 21. Dezember, ist ein Großteil des Jahres natürlich, liegt das Solarmodul da im Schatten hier. Hier hat man nur um 12 Uhr mittags, hier von einer Stunde lang Sonne, beziehungsweise hier, was ist es hier, 10 Uhr morgens, dann auch eine halbe Stunde lang Sonne. Während hier ab dem, sagen wir mal, 21. März haben wir überhaupt keine Probleme mehr, da steht die Sonne stets über dem Hindernis. Hier noch eine Formel zur Berechnung des Einfallswinkel der Sonneneinstrahlung auf die geneigte Ebene des Empfängers. Wir haben zunächst mal immer angenommen, dass das Ganze horizontal liegt, aber sehen wir nachher auch ein paar Beispiele. Es ist grundsätzlich empfehlenswert, unseren Empfänger aufzustellen, sei es jetzt Solarmodul oder Sollenkollektor für die solarthermische Nutzung. Hier finden Sie den Einfallswinkel, hier ist die Sonne praktisch mit S, dieser Vektor bezeichnet, und hier ist der Generator Einfallswinkel. Das ist Arcosinus von Sinus Gamma S multipliziert mit Cosinus Gamma E, das ist praktisch hier der Elevationswinkel unseres Empfängers hier, wie der aufgestellt ist. Zum Beispiel typischerweise in Deutschland nennt man hier 30 Grad. Dann Minus-Kosinus des Sonne-Elevationswinkels, das ist unser Sonne-Elevationswinkel hier, das haben wir schon ein paar Mal besprochen. Also wie gesagt, minimal hier 14,1 Grad um 12 Uhr mittags am 21.12. Und hier entsprechend wieder Sinus Gamma E, also wie gesagt der Elevationswinkel dieser Ebene, und dann multipliziert mit Cosinus Alpha S minus Alpha E. Also Alpha S ist praktisch der Azimutwinkel der Sonne und Alpha E ist unser Azimutwinkel, die Abweichung von Norden von unserem Empfänger. Kann damit auch umrechnen, also oftmals hat man natürlich von Wetterstationen, die messen immer horizontal und kann dann tatsächlich das Umrechnen von horizontal Messwerten, wie es zum Beispiel von der Wetterstation kommt, auf die geneigte Ebene, die wir hier haben. Und wie gesagt, diese Formel haben wir von vorher schon gehabt und hier einfach so eine stark vereinfachte Umrechnung. Das hängt nämlich davon ab, wie groß das Verhältnis von direkter und diffuser Einstrahlung ist. Aber so Pi mal Daumen haut die Formel ganz gut hin. Hier sieht man den Einfluss auf eine nachgeführte Ebene versus horizontale. Zunächst mal hier rot unten, schauen wir mal hier, jetzt erstmal der Worst Case, den 20. Dezember oder 21. Dezember, das ändert sich da nicht viel. Wir haben praktisch hier eine horizontale Fläche und da die Sonne halt sehr flach steht, geht sehr viel Sonneneinstrahlung verloren. Deshalb haben wir da hier das für einen klaren Himmel jetzt hier, das ist ein klarer Tag. Selbst bei einem klaren sonnigen Tag hat man hier eine sehr geringe Einstrahlung, weil die Sonne halt nur 14,1 Grad über dem Horizont ist in Berlin. Wenn man das Ganze nachführt, von dem gleichen Tag nachgeführt, das heißt, es ist genau 12 Uhr mittags, das ist genau nachgeführt. Das heißt, der Winkel, damit die Sonne hier senkrecht einstrahlt ist, 90 Grad minus 14,1 Grad. Und dann hat man hier genau eine senkrechte Einstrahlung und dann hat man schon entsprechend hohe Bestrahlungsstärke, Werte von 780 Watt pro Quadratmeter oder so. Im Sommer steht die Sonne sowieso ziemlich hoch, also über 60 Grad. Dadurch ist der Unterschied zwischen horizontal und nachgeführt eigentlich nicht mehr so groß, zumindest am 12 Uhr mittags nicht. Wenn man so andere Werte, zum Beispiel morgens anschaut, hier morgens um 8 Uhr, sind die Unterschiede doch sehr groß. Das liegt natürlich daran, wenn das nachgeführt ist, heißt es natürlich nicht nur einachsig nachgeführt, sondern auch Ost-West-Ausrichtung. Und dann hat man hier, also praktisch kann man hier schon sehr große Einstrahlungswerte verzeichnen. Genauso nachmittags nach Westen ausgerichtet, hat man hier auch sehr hohe Einstrahlungswerte. Das heißt insgesamt durch die Nachführung hat man eine Vergleichmäßigung des Einstrahlungsbetrages. Das ist gerade zur Zeit ziemlich aktuell, weil natürlich so ein fixierter, fixiertes Solarmodul hat natürlich dann nur 12 Uhr mittags seine Maximalleistung. Der nimmt die Leistung ziemlich stark ab und das ist ein bisschen ungünstig für das ganze Energiesystem, wenn man halt nur einen kleinen Bereich des im Tagesverlauf mit der vollen Leistung abdecken kann. Und das bei Nachführung sieht das schon ein ganzes Stück besser aus. Messen tut man das Ganze mit einem sogenannten Pyranometer. Das funktioniert eigentlich relativ einfach. Im Grunde hat man hier eine schwarze Fläche. Diese schwarze Fläche erwärmt sich und man misst die Erwärmung, das heißt die Temperatur, zu einem Referenzelement oder Kompensationselement. Die Messung findet über sogenanntes Thermoelement, Thermopeil statt oder Seaback-Element. Es sind praktisch zwei unterschiedliche Metalle, die da aufeinander gelötet sind und dadurch gibt es hier eine Thermospannung, die zwar ziemlich gering ist. Und wenn das richtig gut gebaut ist, dieses Pyranometer, ist die entsprechende Thermospannung genau proportional zur Bestrahlungsstärke, die wir hier haben. Hier noch zusätzlich zwei Kuppeln, dass es nicht zusätzlich abgekühlt wird, zum Beispiel durch Wind oder so was, unser Element. Und das ist natürlich ein sehr hochwertiger Glasturm, dann wendet man Quarzglas davon, damit man natürlich das gesamte Spektrum mit erfasst, sowohl infrarote als auch ultraviolette Strahlung. Etwas einfacher aufgebaut ist unser Halbleitersensor. Im Grunde ist es einfach eine Solarzelle, die besprechen wir in der nächsten Vorlesung, übernächsten Vorlesung. Da haben wir praktisch einen photovoltaischen Effekt und da werden im Grunde Photonen, das heißt einfallendes Licht, in entsprechende Anzahl von Elektronen umgewandelt. Und diese Elektronen definieren den Strom und deswegen haben wir eine Proportionalität zwischen Bestrahlungsstärke, hier rechts EG, das G steht für globale Einstrahlung, also weder direkt noch diffus, ist dann proportional zu dem Strom, den man hier misst. Strom, die ungünstig zu messen ist, nennt man hier oftmals einen niederohmigen Messwiderstand und misst den Spannungsabfall an diesem Widerstand. Vor- und Nachteile dieser zwei Messmethoden, zunächst mal Pyranometer erfasst das gesamte Spektrum, weil alles was absorbiert wird, wird hier an der Auswertung mit einbezogen. Das Problem ist, es ist ein bisschen träger, es muss natürlich warten, bis sich das Ganze erwärmt. War früher problematischer, inzwischen so moderne Pyranometer, die erwärmt sich innerhalb von ein paar Sekunden, also fünf Sekunden ist ein typischer Wert von modernen Pyranometer. Beim Halbleitersensor ist das Ganze so, dass es wesentlich einfacher, billiger aufgebaut ist. Also im Vergleich, ein gutes Pyranometer kostet je nach Genauigkeit zwischen 1.000 und 2.000, manchmal auch 3.000 Euro. Wenn wir so einen Halbleitersensor, können Sie im Grunde für wenige Euro kaufen. Gut, wenn man das Ganze kalibriert und so weiter, kostet es im Bereich von 100 bis 200 Euro das Ganze. Und dann reagiert auch viel, viel schneller als das Pyranometer, ein paar Mikrosekunden im Grunde. Also im Grunde ist es wie so eine Solarzelle, sobald das Photonstrom wegfällt, ist auch kein Strom mehr da und umgedreht. Aber Nachteil ist das Ganze, das hat eine gewisse spektrale Empfindlichkeit. Also bestimmte Spektralbereiche werden sehr gut umgewandelt, andere schlecht oder sogar gar nicht. Das heißt, dass man von vornherein so eine Bewertung spielt. Spielt allerdings keine Rolle, wenn man dieselbe Halbleitertechnologie für den Photovoltaischen Generator verwendet, als was man da misst und so. Das kann sogar vorteilhaft sein. Wenn man generell so eine Aussage machen will, also meteorologisch, wie groß war die Einstrahlung in den Tag, macht man da doch gewisse Fehler. Oder vor allem gerade abends und morgens haben wir natürlich einen sehr hohen roten Anteil mittags, dann eher so einen blauen Anteil. Das wird hier dann doch sehr unterschiedlich bewertet bei dem rechten Instrument. Hier sieht man so einen Aufbau. Hier links praktisch diese sogenannte Globalstrahlungsmessung, mal dieses Pyranometer, horizontal montiert und es misst praktisch alles. Sowohl den direkten Strahlungseinfall als auch den diffusen Einstrahlungseinfall. Von der Atmosphäre und sogar eventuelle Bodenreflexion wird als Beto bezeichnet. Dann haben wir hier auf der rechten Seite ein Diffusstrahlungsmesser. Der funktioniert folgendermaßen. Man hat jetzt hier so einen Ball. Der wird so positioniert, sieht man hier gerade nochmal links. Der wird so positioniert, dass er genau vor der Sonne steht und hier einen Schatten auf das Pyranometer wirft. Und das Pyranometer sieht dann nur die diffuse Einstrahlung. Und das ist das Einzige, was wir messen. Genau das Gegenteil sieht man hier rechts. Das ist die Messung der direkten Einstrahlung, dessen Rohr, das direkt zur Sonne ausgerichtet ist und praktisch nur die Sonne sieht und nichts von der diffusen Einstrahlung. Und da könnte man sagen, gut man braucht jetzt keine drei Instrumente, aber man schafft da gewisse Redundanz. Man sagt hier direkte Einstrahlung links plus, oder links Mitte plus diffuse Einstrahlung muss im Grunde die Globalstrahlung ergeben. Wenn es nicht so ist, liegt irgendein Fehler vor. Und das wird auch hier so gemacht, dass man also tatsächlich ein Serviceteam losschickt, wenn es da nicht mehr übereinstimmt. Das Ganze ist relativ filigran. Man muss nämlich diese beiden Instrumenten stets der Sonne nachführen. Ziemlich genau sogar, damit der Schatten da passt. Weil die Sonne wandert natürlich. Und nach einer Stunde ist er praktisch 15 Grad weitergewandert. Und da passt der Schatten natürlich nicht mehr auf das Pyranometer rauf. Deshalb muss es sehr genau nachgeführt werden. Genauso für die direkte Einstrahlung. Dieser Tubus muss natürlich genau immer zur Sonne zeigen. Hier sieht man, diese Dynamik habe ich vorher schon angedeutet. Im Tagesverlauf und über das Jahr. Also hier haben wir zum Beispiel in blau eingezeichnet zwei Wintertage. Bei einem guten Wintertag sieht es gar nicht so schlecht aus. Am 16. Dezember, beim sonnigen Wintertag. Aber weil man jetzt tatsächlich noch zusätzlichen, diffusen Wintertag hat, ist da sehr, sehr wenig noch da. Auch hier im Sommer gibt es auch gute und schlechte Tage. Und es gibt hier auch zum Beispiel auch so Peaks. Da ist praktisch, war vorher bewölkt. Und dann kommt die Sonne plötzlich durch und hat dann plötzlich sehr hohe Einstrahlungswerte. Selbst hier, was war das, Ostern rum 2013, 2. April. Und da kann dann plötzlich, es nennt sich so Shining-Through-Effekte sein, dass praktisch die Sonne auch von den Wolken noch zusätzlich reflektiert wird. Und man hat dann praktisch sehr außergewöhnlich hohe bestrahlungsstarke Werte. Hier sieht man auch die Unterschiede bei der Messung, wenn man dann praktisch mittelt über Stunden und Minuten. Hier ist praktisch hier in blau eingezeichnet die Minuten-Mittelwert und die Stunden-Mittelwerte. Und da gibt es natürlich erhebliche Abweichungen, wenn man hier stark schwankende Werte jeweils hat. Hier ist die Häufigkeitsverteilung auf die Horizontale über ein Jahr. Man sieht halt, leider in Deutschland ist es so, dass ein Großteil der Einstrahlung nur bei sehr geringen Bestrahlungsstärken einfällt. Die Hälfte ist schon mal bei Nacht, das ist tatsächlich das ganze Null. Und hier diese 1000 Watt pro Quadratmeter, die oft als Referenz eingenommen werden, kommen also sehr, sehr selten vor. Achso, hier kurz nochmal ein rot eingezeichnet, der sogenannte energetische Anteil. Also hier von der Häufigkeit kommt zum Beispiel hier 600 Watt sehr selten vor. Aber wenn es mal vorkommt, hat natürlich doppelt so viel Leistung wie zum Beispiel hier 300 Watt. Das dann zwar öfters vorkommt, aber energetisch ist es fast gleichwertig und so. Weil das halt nur halb so oft vorkommt beispielsweise, aber halt dann doppelt so viel Energie liefert es im Zeitraum. Das ist über ein ganzes Jahr akkumuliert und man schaut jetzt hier, was sind die optimale Positionierung eines Solarmoduls oder eines Empfängers überhaupt. Man sieht hier, also praktisch der Azimutwinkel 180 Grad. Man hat hier ein Maximum bei 1100 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr bei einer Neigung von rund 30 Grad. Das sieht man hier. Und das Ganze ist relativ unempfindlich. Also wenn man dann ein bisschen davon abweicht, hier 30 Grad nach Osten oder 30 Grad nach Westen gibt es ein paar Prozent weniger, aber fast vernachlässigbar. Stärker ist, wenn man den Elevationswinkel verändert. Wenn man zum Beispiel hier eine Fassade nimmt, dann hat man 20, 30 Prozent weniger dann an Bestrahlungstärke über das Jahr gesehen. Andererseits ist es natürlich so, wenn man jetzt hier einen hohen Elevationswinkel der Einstrahlung hat, bedeutet das, dass man vor allem im Winter sehr hohen, die Verluste vor allem im Sommer stattfinden, weil die Sonne halt sehr hoch steht und im Winter gewisser Mehrertrag zu verzeichnen ist. Das Ganze ist jetzt für Berlin jetzt betrachtet. Hier sieht man die Verluste, das war praktisch das Gleiche nochmal prozentual gesehen und wenn man hier praktisch von dieser optimalen Ausrichtung sowohl azimutal als auch vom Elevationswinkel her abweicht, wie viele Verluste man damit in Kauf nehmen muss. Was in letzter Zeit viel gemacht wird für diese Vergleichmäßigung der Einstrahlung ist, dass man von der hier rechts eingezeichnet von der reinen Südausrichtung abkommt und zunehmend eine Ost-West-Ausrichtung macht. Das hat den Vorteil, dass die Leistung im Grunde, ich gehe nochmal zurück zu diesem Bild hier, die Leistung hier im Grunde, wie in der oberen blauen Linie dargestellt, gleichmäßiger zur Verfügung steht. Und das nennt sich dann netzdienlich, das ist praktisch netzbesonders dienlich, auch wenn es von den Leistungen, von den Energierträgen manchmal sogar gleich oder sogar teilweise ein bisschen ungünstiger ist, wenn man es hier in der Ruhe Ost-West-Ausrichtung hat. Inzwischen ist die Photovoltaik aber so billig geworden, dass die Ost-West-Ausrichtung erstens, weil es netzdienlich ist, zweitens aber auch wegen den verringerten Installationskosten gar nicht verwendet. Zwar ein bisschen geringer ein Ertrag, aber schauen Sie mal her, das Ganze ist erstens aerodynamischer, also man braucht von der Statik her, ist es unproblematischer auszulegen als eine pure Südausrichtung. Da kann der Wind von Norden hier gehörig reinblasen und das Ganze anheben und braucht natürlich auch entsprechend viel weniger Material, wenn Sie das hier vergleichen. Und deshalb setzt sich das gerade auf so Industriebau immer mehr durch, dass man eine Ost-West-Ausrichtung macht. Das Ganze ist natürlich nicht konstant, hier sieht man so ein paar Jahre, wie es praktisch geschwankt hat und so. Also deshalb ist immer eine Kontrolle, also man kann jetzt nicht generell sagen, dass jetzt, wenn man so einen hohen Ertrag hat, ist die Anlage besonders gut, sondern man muss immer als Referenz dazu die Einstrahlung mitloggen, damit man sagen kann, ob das jetzt tatsächlich, welcher Anteil jetzt tatsächlich da umgewandelt wurde. Weil es jetzt natürlich gewisse Unterschiede gibt. Nicht besonders gut hoch, aber hier sieht man schon, also 10% sind schon drin. Natürlich lokal ist die Einstrahlung durchaus unterschiedlich. Hier haben wir zum Beispiel jetzt hier mal Paderborn als diesen Stern eingetragen. Das ist hier jetzt dunkelgrün, das ist jetzt in Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr die Einstrahlung angegeben. Hier dunkelgrün ist man jetzt hier bei rund 950 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr Einstrahlung. Wenn man zum Beispiel hier einen Extremstandort nennt, ganz im Süden von Europa, Sevilla, da liegt man dann wesentlich besser. Das hat über 1550 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr, also rund das Doppelte, was man hier in Paderborn hat. Schauen wir uns die Einstrahlungswerte von Sevilla mal an. Das sind jetzt Monatswerte. Schaut jetzt also, fangen wir mal an, im Januar strahlen jetzt auf einen Quadratmeter rund 78 Kilowattstunden ein. Hier sieht man den Vorteil, das ist das Ganze horizontal. Wenn man das Ganze anwinkelt, also hier mit dem Elevationswinkel des Empfängers von 30 Grad arbeitet, bekommt man hier schon wesentlich mehr Einstrahlung, rund 30 Prozent mehr Einstrahlung von 112 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Monat. Und im Juni hat man dann aber das Gegenteil, hat man gewisse Verluste hier. Gut, es machen keine 10 Prozent aus. Ja gut, knapp 18, 19 Prozent hier weniger. Aber das Ganze, man sieht es hier deutlich, ist etwas gleichmäßiger im Jahresverlauf. Also hier das Maximum 218 und das Minimum hier bei 103. Faktor 2 liegt da, gut, ein bisschen mehr als Faktor 2 liegt da dazwischen. Und insgesamt hat man einen gewissen Mehrertrag, beispielsweise hier 1.944 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr. Und was wir vorher gesehen haben auf dieser Karte für die horizontale Einstrahlung, 1.750 oder 1.757 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr, sind das Ganze aufs Jahr bezogen jetzt hier. Ganz zum Schluss nochmal, wenn man größere Anlagen betrachtet, muss man die natürlich auch entsprechend, reicht nicht nur ein Empfänger, sondern viele, kann die jetzt nebeneinander bauen, aber man kommt nicht umhin, gewisse Reihen zu bauen. Und da hat man natürlich das Problem, vor allem in Deutschland im Winter, wenn die Sonne sehr tief steht, also hier angedeutet, also hier haben wir praktisch so einen relativ hohen Sonnenstand und hier steht die Sonne sehr tief. Und gerade in diesem Fall hat man hier eine gewaltige Abschattung durch die Reihe der Solarmodule oder Solarkollektoren vorher. Das hängt natürlich hier von dem Abstand ab. Das rechnen wir nachher aus und ist auch Teil der Übung. Hier sieht man praktisch hier diese Abschattung. Die ist hier, macht sogar die Hälfte der Fläche hier aus. In dem Fall bei Alpha 2, wo praktisch die Hälfte der Fläche beschattet und hier haben wir natürlich die Höhe H, also entsprechend hier auch H halbe. Hier also den bekannten Elevationswinkel, den Aufständerungswinkel des Solarkollektors oder Solarmoduls oder mit E bezeichnet einfach des Empfängers, dessen Länge mit L bezeichnet. Und D ist Distance oder der Abstand zwischen zwei Reihen hier. Und das wollen wir jetzt mal kurz ausrechnen. Wir teilen dieses D auf in D1 und D2, damit wir hier zwei rechtwinklige Dreiecke haben. Also D1 hier und dann haben wir hier die Höhe, bleibt natürlich gleich. Und wir haben als Hypotenuse hier dieses L. Und das zweite Dreieck hier haben wir D2. Die Höhe bleibt natürlich gleich und wir haben das hier, diese beige Linie als Hypotenuse. Das kann man jetzt schön ausrechnen. Zunächst mal H, diese Höhe H ergibt sich aus L mal Sinus Gamma E. Das ist unsere Höhe H. Und das D gibt sich hier, wie gesagt, aufgeteilt auf D1 plus D2. Rechnen wir uns erstmal D1 aus. Es ist hier dieses D1 ist L mal Sinus Gamma E. Das ist hier Hypotenuse mal Sinus Gamma E. Das ist unsere Strecke hier D1. Für D2 verhält sich dann das wie folgt. Man hat jetzt hier H, diese Höhe H, durch Tangens Alpha. Das ist unser Winkel Alpha hier. Erinnern Sie sich hier, Tangens ist Gegenkathete durch Ankathete. Also H durch D2. Dadurch kommt man hier zu dieser Formel. Ich kann das auch hier so ausdrücken. Zunächst mal D1 kann natürlich durch den Pythagoras hier ausgedrückt werden. Und wie gesagt, diese Hypotenuse L² ist D1² plus H1². Oder umgedreht D1² gleich L² minus H². Oder D1 gleich Wurzel aus L² minus H². Und dann haben wir hier immer noch H durch Tangens Alpha. Und das Ganze hier eingesetzt, kommen wir zu dieser Formel. Finden Sie auch in jeder Formelsammlung. Aber hier haben wir sogar nachgewiesen. Hier sieht man den Effekt dieses Abschattungswinkels. Nochmal gehen wir schnell zurück hier. Dieses Abschattungswinkels Alpha. Hier nochmal der Elevationswinkel. Und hier zum Beispiel typischerweise Elevationswinkel von 30 Grad. Das ist ein relativ typischer, sind wir auf dieser hellblauen oder dunkelblauen Linie hier. Und hier der Abschattungswinkel. Das ist der sogenannte Flächennutzungsgrad. Also wie viel Prozent der Fläche kann man nutzen? Wenn man natürlich nur wenige Fläche nutzt, dann ist die Abschattung natürlich auch relativ gering. Wenn man die Fläche vollständig nutzt, dann kann man natürlich nur gering anstellen. Wenn man praktisch hier eine von 30 von Abschattungswinkel, wenn man jetzt sagt, okay, Abschattungswinkel, der Elevationswinkel, der Sonne um 12 Uhr mittags, am 21.12. wäre es hier bei 14 Grad. Und da, wenn man die Fläche voll nutzt, darf man hier nur einen Elevationswinkel von 5 Grad verwenden. Wenn man praktisch größere Reihen macht, größere Reihenabstände machen, zum Beispiel hier nur 30 Grad, kann man dann natürlich das Ganze wesentlich steiler anstellen, 40, 45 Grad zum Beispiel. Hier haben wir die Jahreseinstrahlungsverluste. Es sind nicht nur 12 Uhr mittags, sondern es gibt morgens und abends und so. Und das Ganze ist durchsimuliert mal. Und schauen wir mal, was das zum Beispiel ausmacht. Wir haben jetzt einen Abschattungswinkel hier zum Beispiel 14 Grad, wenn man das macht, und einen Elevationswinkel von 30 Grad. Wenn wir auf diese Kurve und gehen hier rüber, dann hat man relative Abschattungsverluste übers Jahr gesehen von rund 5 Prozent. Gut, das war's. Vielen Dank.